Jo, auf Gas geht! Ja, und da bin ich richtig krass da oben. Starshopper 68, herzlichen Glückwunsch! Ja, das ist wirklich mal Vintage, das Ding ist nicht nur auf alt gemacht, das ist richtig alt und das glaubt immer keiner mit dem schmalen Lenker, so wie die Zwiebel hier steht, der Junge ist richtig unterwegs mit dem Ofen, macht richtig Kilometer, diesen Applaus für den Tolli! Von erster Platz in der Kategorie Vintage, die Weichmanufaktur Ikeseel, herzlichen Glückwunsch! Ah, der ist doch am Kickenhöhlen gerade! Ja, wie gesagt, in der Touring-Kategorie schon mal vorbereitet, Nummer 32 NLC!